Jetzt kommt erstmal Extreme Monitor Zerstörring von zwei verrückten Vögeln und ich vergebe jetzt die Kamera. Das wäre dann wohl ich. Er ist bereit. Er scheint bereit zu sein. Da kommt er angebügelt. Ja, der ist schon gut in Stücken. Boah, stinkt das! Das ist wie ein elektronischer. Das ist der Kollege, der jetzt hinter sich. Den ist hin. Oh, was? Ein bisschen Pantatip drauf, ein bisschen Kaugummi rein. Eine geile Methode reparieren. Sieht sehr gut aus. Wie man sieht, der Stapler ist heile. Ja, das ist tipptopp. Gar kein Problem. Läuft. Das ist der Kollege. Er hat es hingekriegt. Sehr geil. Müsste man hier irgendwie so anbauen. Ja, hab ich mir auch schon gedacht, das wäre echt eine fette Sache. Der Launauer? Ja? Keine Ahnung. Scheiße. Scheiße. Das ist wenn Sie, dass sie tatsächlichệtig sind. grappling ist. Und iss Lena. Zähne Alter Schwede! Hm, ist aber Reifmattrücke!